Ah, die ist zu langsam die Knarre. Einen wunderschönen guten Tag ihr Hübschen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von und mit Black Spot und ich habe die Kippe im Maul, ist ja nicht so schlimm, weil ich habe jetzt einfach mal mir gedacht, ich mache jetzt einen eigenen Raum auf und da ich ja Wartezeit habe, bis auf jeder Seite zwei Spieler sind, werde ich mir eine Zigarette gönnen und wir sehen uns, wenn wir gestartet haben. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es ging diesmal relativ schnell und wir haben jetzt die Runde gestartet auf der Map Hamelab und ich bin leider noch nicht fertig mit Rauchen, aber das macht nichts. Rauchen und Zocken gleichzeitig, das funktioniert relativ gut, bis auf dass mich die Asche, die von der Kippe fällt, in der Tastatur ziemlich nervt, aber sonst geht's. Die Map hatten wir noch nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Ich habe die Map zwar schon mal gezockt, aber ist auch so ähnlich aufgebaut, vom Prinzip her wie Outskill, nur nicht ganz so klein und hat auch meine... Gibt's nicht. Meine Scheiße. Mein scheiß Messer ist immer noch nicht aktiviert. Ich kann hier drücken. Oder mein Mausrad ist kaputt. Ich weiß nicht. Arschloch, komm mit dir rein. Arschloch, komm mit dir rein. Finde ich geil. Auf jeden Fall habe ich mal nachgeguckt. Wir haben so ziemlich viele Maps noch gar nicht gemacht. Das sind jetzt, glaube ich, acht Stück. Aber ich habe gewartet, ey, Kollege. Acht Stück waren das jetzt, glaube ich, inklusive der hier. Jetzt sind es nach der hier nur noch sieben. Und dann haben wir alle durch und es sind schon einige Maps, die wir gezockt haben, gar nicht mehr da. Ist mir mal so aufgefallen. Ich hoffe, hier kommen gleich noch mehr rein. Wenn die sich alle wieder verpissen, ist natürlich dann scheiße. Oh, entschuldige. War keine Absicht, mein Freund. Scheiße. Das fühlt sich langsam. Das ist schön. Das ist schön. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie wieder so'n, 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 so'n voll Bock auf Black Squad. Deswegen werde ich jetzt so lange, wie meine Lust vorhanden ist, Black Squad zu zocken versuchen, Maps zu zocken, die wir noch nicht hatten. Ich kann nicht wegrennen, ey. Kann nicht wegrennen, ey. Scheiße. Werde ich aufnehmen. Und das ganze denn. Langsam aber sicher mal zum Ende bringen. Okay, da kommt man nicht aus. Wie kommt man hier eigentlich hin? Sonst scheint nirgendwo hin. Jaaaa. Beide hatten die Knarre leer und beide haben gepistelt und ich hab verloren. Das nervt mich so hart, dass ich mein Messer irgendwie nicht ziehen kann. Ich hab doch aber eins dabei. Da war es doch gerade. 5 HP hast du mir gelassen. Ist ja nett. Das leckt schon wieder. Ich weiß nicht was das ist hier bei Black Squad. Naja komm. KDR bloß noch 5 HP. Und wo hat's denn jetzt auf mich geschossen? Da sitzt er. Was? Alter hab ich mich jetzt erschrocken ey. Alter was ist denn das nur so am lecken ey. Oha. Und wo das denn? Da kommt dauernd noch einer. In den Schädel. Shadow. Jawoll. Und ich hab noch 100 HP weil ich hatte noch Sponchoos. Jawoll. Gute. Good night. Ach scheiße. Free Strike. Wieso krieg ich mein Messer nicht gezogen? Das geht mir so oft mit Pinsel ey. Aha. Was bin denn da? Mal gucken wir hoch hier. Das ist ja very nice. Okay. Wir kommen mal wieder nicht hoch. Okay. Das ist aber auch langweilig weil du hast nur diese kleine Plattform auf der du hier rumlaufen kannst. Ah ja. Ja. Wir nehmen mal das nächste Mal nimm mal die mit. Gucken wir mal ob wir da ein bisschen mehr treffen. Ja. Ich hab dich aber auch noch getroffen. Ich hab dich aber auch noch getroffen. In der Kopf. Nicht in der Club. In der Kopf. Ja. Geiler Song ne. In der Kopf. Ah. Du hast aber nichts mehr. Nichts hast du mehr. Boah. Was ein Sound. Schönes Sniper Visier hier drauf. Geil. What? Was war denn das, Alter? Die Knarre macht einen Lärm, Junge. Das macht richtig Lärm, ey. Ich halte auch still, wenn ich auf dich schieße, Alter. Das gibt's gar nicht. Aber man muss sich mit der Knarre halt so ein bisschen einspielen, ne? Okay, das nervt mich jetzt nicht hier beim Zocken. Ich glaube, mit der muss man umgehen können. Oh, 60 Sekunden haben wir nicht geschafft, die Runde. Das ist aber sehr schade. Hätte ich jetzt echt gern noch, äh, vollendet, die Runde. Boah, die Knarre, die schießt zu langsam. Muss man mit umgehen können. Muss man echt mit umgehen können. Und dann sind die auch noch in Führung. Naja, gut, was soll's. Na, hier ist zu langsam die Knarre. Viel zu langsam. Aber sie macht einen geilen Sound, ey. Einen. Komm, einen willig noch. Einen willig noch, komm. Komm, einen willig noch, einen willig noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Da. Da war er. Seid. Einen hätte ich gern noch mitgenommen. Egal. 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 Auf jeden Fall eine geile Runde. Auch wenn ich garantiert negativ gespielt hab. Ist halt schon blöd, wenn man Maps spielt, die man nicht kennt, ey. Ah, 10, 16. Na ja, gut. Macht trotzdem Bock. Ne? Also, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid macht, wie ihr denkt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.